Die Kürze rechts abbiegen, da zu rechts halten. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts auf den Weg. Folgen Sie dem Straßenverlass 1,7 Kilometer. Bitte beachten Sie die zulässige Hilfsgeschwindigkeit. Jetzt rechts auf den Weg. Jetzt rechts auf den Weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.